ja hallo michael kotze der rucksackunternehmer willkommen an diesen fantastischen tag zum besten video aller zeiten so heute verdienen wir geld mit lego auf drei unterschiedlichen arten oder vier unterschiedlichen arten sogar eine bonus art und ja es ist auch affiliate marketing dabei aber es sind auch ein paar content ideen dabei und so wie du einfach mit lego und oder klemmsteinen geld verdienen kannst du kannst mit der original marke geld verdienen aber auch mit fremden hersteller von diesen ganzen klemmbausteinen und es ist so einfach geworden damit geld zu verdienen und das schauen wir uns heute an und ja es sind auch zehntausende bis hunderttausend euro im monat drin kein scherz so pass auf hast du meinen kanal schon abonniert nein dann abonnieren doch jetzt den kanal und damit du kein video mehr verpasst okay wir schauen uns jetzt diese insgesamt vier ideen an eine ist eine bonus idee die schon sehr sehr crazy ist weil es einfach eine geile idee so also pass auf das ist eine webseite die ist ganz normal aber das ist eine affiliate webseite über lego produkte und du siehst die haben einfach mal 4000 lego produkte und du kannst da hat einfach nach preisen googeln und kannst dann über den affiliate link dort was kaufen wie geil ist das denn bitte schon ich habe die seite auch schon mal vorgestellt so ganz kurz ich glaube in einem live stream oder so so zum beispiel wir wollen jetzt ein lego also wir haben einfach einen preisalarm aber draufklicken und können wir einfach eine e mail adresse eingeben also sammelt die person schon mal e mail daten von uns hat eine e mail und wie geil ist das denn du machst e mail marketing und weiß genau diese person die mir die e mail adresse gegeben hat will immer informationen zu lego haben natürlich geht das auch mit telegram gruppe oder so das ist einfach total geil so geht e mail marketing du weißt genau jeder der sich hier einträgt will lego produkte du brauchst dir kein playmobil schicken du brauchst du nicht irgendwie dating kurs schicken digitalen infoprodukte oder so nein lego und die das heutige video ist gesponsert vom jetset affiliates ist ja mein kurs das ist das standardwerk im deutschsprachigen raum der beste affiliate marketing kurs in deutschland er ist von mir also schau dir das an schau das video an sieben minuten aus malibu wenn du geld verdienen willst ist es das beste was es gibt kauf dir das ding so weiter preisvergleich also wir haben hier vorne preisalarm dann haben wir gutscheine da klingen war mal drauf was haben wir da da haben wir die telegram gruppe für die gutscheine natürlich warum nicht er postet gutscheine oder für die links in der telegram gruppe und die leute freuen sich hey ich habe einen rabatt gefunden kaufen das dann gibt es eine geilere möglichkeit des marketing nein gibt es nicht so aber wir sind jetzt einfach wir wollen was für die kinder kaufen oder sonst was da können wir hier das modell an den großbass das wagen wollte ich sowieso kaufen den wollte ich kaufen und jetzt wo sich den kaufen beim händler kostet 200 euro bei lego kostet 200 euro 144 euro 30 angebote kommt die seite nutzen wieder oder zum kaufen und dann kriegen wir darauf schauen uns die angebote haben natürlich gibt es hier auch ein preisalarm also die seite ist sehr sehr cool also falls er noch billiger wird können wir ihren preisalarm setzen also oder für das thema für das set ein preisalarm was wir müssen schon wieder eine e mail adresse eingeben der macht e mail marketing auch mit eilen also wenn das hat billiger wird zum beispiel meinen wunschpreis kriege ich eine e mail wenn das 139 euro kostet kriege ich eine e mail und was machen die leute wenn sie dann diese e mail bekommen die klicken auf den link und kaufen dass die seite verdient dann geld weil der link ist ein affiliate link und wenn ich dann hat für das thema kann ich auch noch einen preisalarm wie geil ist das oder also komm sei ehrlich so wo kaufen wir das dann wir suchen uns den shop aus wo wir vielleicht schon mal bestellt haben wo wir dann halt auch wissen dass es ankommt zum beispiel jetzt media markt das gibt es bei media markt sowie ja kenne ich jetzt nicht würde ich jetzt für drei euro oder so da einkaufen mehr aber du siehst wir können das auch für 237 euro kaufen oder bei lego für 200 euro oder bei müller für 200 euro das machen ja die meisten so die gehen im legostore einkaufen das für 200 euro aber auf der webseite können wir wir klicken jetzt einfach mal da drauf wir sagen okay media markt finde ich cool was passiert natürlich wird eine seite geöffnet zur media markt seite ich werde weitergeleitet da und ich kann es jetzt kaufen was ist jetzt passiert cookies installiert die webseite verdient geld wenn ich dieses z kaufen und du kannst mit lego geld verdienen und das set ist echt cool dass ich mir das kaufen also bei 1000 aufrufen vom video innerhalb der ersten woche oder bei bei 50 likes wenn das video 50 likes bekommen kaufe ich mir das innerhalb der ersten woche kriegen wir das hin und ich mache ein foto wenn ich das kauf okay aber ich finde das cool herr gott brust was da sind so ja weihnachten kalte jahreszeit schneit oder so baust du das setzten okay also wird so verdient der geld und er hat einen preisvergleich mit ganz vielen produkten herstellern und hersteller hier haben ist natürlich lego der hersteller da drauf und natürlich amazon spanien und ebay verliert link also wir können auch dabei ebay drauflegen ist auch wieder nach verliert link werde ich auch weiter und der hat das sehr sehr cool gemacht und natürlich verdient ihr jetzt auch geld wenn ich das jetzt sie kaufen erste möglichkeit affiliate marketing mit lego wie gesagt jetzer verliert system zweite möglichkeit du quatsch über lego hier guck mal wie viele da sind einmal dieser kanal hier es wird einfach ein interview mit lego händler über preise rabatte verfügbarkeit tops und flops es ist ein interview ein interview was vier tage alt ist und hat fast 10.000 aufrufe noch mal ein interview wir können ganz kurz reingucken und das wird ich glaube so alle drei monate wird das dann gewechselt fahren aber sagen ich bestelle online aber ich hole es dann ab vorgestellt titanic ist also die quatschen über lego und das ist ein interview 10.000 aufrufe ein traum für meine videos ein traum okay wir gucken einfach mal der kanal hat 4 56.000 abonnenten wir gucken einfach mal was hier vorne sehen wir auch schon also mindestens mal 1400 euro verdiente locker weil das so ein themenkanal ist würde ich mal sagen er verdient mit dem kanal noch mehr und er hat ja auch alles wahrscheinlich ein paar verliert links oder hat er verliert links interviews donos instagram nämlich unterstützt einkaufen ja ja das ist zum beispiel im lego store einkaufen hat einen link was er hat jetzt noch nicht mal großartig doch hier ist ein amazon link werbung 2 hat er jetzt natürlich ein bisschen doof gemacht hier wäre es natürlich cooler brauchen wir nicht überreden ihr könnt da noch ein bisschen optimieren aber so ja ich würde mal sagen ein paar tausend euro verdiente damit ein interview nächster kanal hier erhält der steine packt einfach die adventskalender aus 200.000 aufrufe innerhalb von einem monat 200.000 aufrufe bei der adventskalender auspackt als mensch als man so da das ist das gar nicht wo ist es denn ich habe schon wieder weiter gesprungen so ich will doch dahin was ist also sorry er hat alle z ausgepackt vor weihnachten also zwei monate zweieinhalb monate vor weihnachten zwei monate und zehn tage vor weihnachten nimmt er diese sets sind vier sets kostet 120 euro packt er aus redet darüber als erster damit die eltern und die kinder wissen welchen setze sich kaufen sollen und quatsch dann halt 33 minuten über lego adventskalender zwei monate von weihnachten und damit jeder eine kaufentscheidung hat und diese sets bei amazon sofort natürlich amazon affiliate links verlinkt so verdient man geld einfach mit content erstellung wir haben hier vorne der verdient mit youtube höchstwahrscheinlich 23.000 dollar im monat höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr ja weil spielzeugfirm höchstwahrscheinlich da werbung vormachen und so weiter also er verdient nur mit den und der hat twitch er hat mehrere youtube kanäle mittlerweile ist es geil ja das ist geil der quatscht über adventskalender für kinder oder auf welchen erwachsene kaufen soll wo die besten figuren drin sind und so weiter und da macht er summen summen und packt die noch mal aus und zeigt jedes einzelne teil in die kamera rein mehr macht er nicht und sagt dann sein fazit höll lohnt sich das das für 30 euro zu kaufen diese keine ahnung 20 gramm plastik ok ist das gar ja das ist geil wir können auch noch mal gucken hier vorne so bei social blade und ich glaube er hat ja auch mehr kann den ok da was sagt social blade wie hat 21.000 euro sagt der locker also der pro tag 320.000 aufrufe noch mal pro tag 320.000 aufrufe und redet über lego aber du kannst auch über alle anderen klemmenbausteine reden oder so nächste das ist ein relativ neuer youtuber der ist jetzt gerade am marktgang vor komm mal er hat er hat im september genauso viele aufrufe gab wie ich 175 aufrufe und er hat nichts gemacht dass die gleiche aufrufzahl wie ich und dann auf einmal hier pro tag 5000 aufrufe und so weiter und der ist jetzt gerade echt so gehypt und er macht auch so ein konzept er stellt einfach er baut diese zeit auf und gibt dann sein fazit zum beispiel was können wir uns anschauen wir gucken mal alle videos abend ich habe in zwei schon reingeguckt oder drei zum beispiel hier der der millennium falken er hat es z einfach aufgebaut und unterhält sich da und hat 1800 aufrufe ja er ist noch kleiner verdienen paar hundert euro erst damit ich weiß nicht aber ja auch affiliate links hier reinpackt instagram nein er macht noch nicht so krass affiliate marketing oder so aber er baut sich das gerade auf und das ist natürlich schon sehr sehr geil ein paar z dahinter stehen kein studio oder so hat eine coole kamera tolles mikrofon und quatsch über nego z und trotzdem hatte dann als kleiner youtuber schon der noch mal ganz kurz der hat keine aufrufe gehabt im september der so viel wie ich auch mal ein bisschen mehr wie ich teilweise und dann auch einmal gehypt 5000 und so und der wird garantiert auch noch richtig viele abonnenten dazu gewinnen ja weil es wahrscheinlich der kanal name ist auch ein bisschen doof aber okay passt jetzt nicht unbedingt weil er jetzt lego content macht aber ja wir haben ja alle halt immer was mit so weiter mit steinen oder klemmen oder briggs oder sonst was als kanal name und aber er ist fleißig am videos man hat er den ersten vor zehn monaten zehn monaten zehn monaten und vor drei monaten hat er angefangen da noch ein anderer hintergrund hier war bei hält der steine zu besuchen ja auch noch mal und dann hat er irgendwo dann hier ist noch eine kommode im hintergrund hier auch und hier fängt fängt er dann an so sein hintergrund zu finden vor zwei monaten das ist ein werdegang und damit verdient der kohle ist das geil ja so nächster tipp aliexpress dropshipping aus china wohlgemerkt nicht mit gefälschten sachen definitiv nicht aber es gibt ja klemmbaustein hersteller aus china und du kannst jetzt dropshipping machen zum beispiel diese polizeistation also weder machst du wirklich in reinen dropshipping shop und lässt dann halt diese klemmbausteine oder du handelst damit ganz normal du importiert die das ist natürlich ein bisschen größere ein bisschen risiko aber du könntest jetzt im dropshipping shop machen mit diese sachen 23 us dollar gucken wo ist das ist doch ein sehr kleines z ist vielleicht doch ein bisschen teuer aber es gibt sehr sehr viele sachen zum beispiel das hier das dürfte jetzt nicht unbedingt urheberrechtlich sein oder so 70 us dollar und du gibst einfach 120 euro ein oder so und ja einfach mal gucken es gibt ja sehr sehr viele sachen und sehr viele sets also dropshipping mit lego sets ist auch eine coole idee oder und jetzt kommt mein bonus heck weil er ist natürlich so ein bisschen speziell du gehst auf flohmärkten und kaufsets und jetzt schauen wir uns einfach mal an was so alte sets kosten und findest dieses set hier zum beispiel mit lego steine und was wollen die dafür haben das ist so engel und dann wollen ja vielleicht acht euro oder so oder fünf euro am flomax haben und hier ist nur die originale verpackung kostet 39 euro 39 euro 90 nur die verpackung also nur die verpackung nicht das ganze z und sowas findest du auch immer mal wieder und auch in großen mengen kannst auch gar keine kisten kaufen die lego steine dann waschen und einzelne weiterverkaufen oder die z neu aufbauen die auch noch da rein was kostet dann das ganze z wenn die schachtel 40 euro kostet nächste wir reden jetzt auch nur von der schachtel so wie ich das gerne nur original verpackung im guten zustand kostet einfach mal 219 euro der mafo du kaufst ein piratenschiff da ist auch ein bisschen klebeband dabei so toll ist die verpackung jetzt nicht ist hier vorne auch ein bisschen abgeranzt oder so du siehst das aber das ding kostet trotzdem die verpackung wie oft hast du auf dem flohmarkt oder so schon so ein piratenschiff gesehen und da sagt jemand ja ich will dafür 50 euro haben und du sagst alter bist du doof 50 euro für so ein altes piratenschiff ne die verpackung ist aber schon 200 also selbst damit kannst du einfach mit handel mit alten lego sagen natürlich kannst du auch investment machen oder so aber du schaust einfach dass du alles aufkaufst was da draußen ist natürlich informiert sich vorher mit den preisen und so aber zum beispiel auch hier so eine zugpackung 10 sofort kaufen und so weiter du kannst auch die zugpackung kaufen wenn du natürlich das z auf dem flohmarkt gekauft ist ohne verpackung packt es zusammen hast eine zugpackung mit z und gibt es dann einfach zehn euro aus für so eine zugpackung und kriegst dann für das komplett natürlich viel mehr und so das sind so viele geile sachen wie die da machen kannst und hier zum beispiel auch nur die verpackung 20 euro diese verpackung das ist fast vor meiner zeit glaube ich sogar aber nur die verpackung 20 euro ohne die steine und du handelst damit und du bist der krasseste händler also wie gesagt die affiliate seite verdient richtig asche die verdient e mail adressen ohne ende weil die leute machen so einen preis alarm und so haben sie passende e mail adresse die lego sachen hier ein interview 10.000 aufrufe fast sehr sehr geil kalender sehr geil wir hat noch mal da stellt sich dahin baut die kalender auf jahr das auspacken und investieren in lego stein und so ja aber auf dauer lohnt sich das und kannst du nicht über lego steine reden geile idee oder wie findest du die idee lass gerne einen daumen hoch da wie gesagt was habe ich gesagt weil wie viel kauf schreibt mir noch einen kommentar bei wie viel kaufe ich mir das auto ich kraft mir das auto ne was bei 50 likes in der ersten woche kaufe ich mir das auto und dann bei euch das auf sich das im live stream aufbauen weiß ich nicht ich glaube ich schaffe das nicht im live stream also nicht in einer stunde oder so aber das würde ich dann machen für euch okay und dann abonnieren und die glocke betätigen mein name ist michael kurzer ich bin der rucksackunternehmer und natürlich habe ich noch zwei weitere videos für dich check die auch ab und wenn du keine geld ideen mehr verpassen willst abonnieren mich ich bin raus